Leute, Leute, der neue Comic ist da. Jawohl, Ausgabe 6, werden wir uns gleich angucken. Aber, ich wollte gerade Fortnite einloggen, ich habe das übersprungen. Oli, danke, 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 hat mir hier Geschenke gemacht. Die wollte ich nämlich haben. Die ganzen Regenbogensachen. So. Jawohl. So was nennt man noch. Ja, einer wenigstens, der an mich denkt hier. Danke an Oli an der Stelle, muss man ja mal sagen. Oh, noch mehr Geschenke. Ui, 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 ui. Er hat mir alles geschenkt. Boah. So. Wir gehen rüber, denn ich habe nämlich diesen Code eingelöst. Das heißt, wir schauen uns das natürlich ganz kurz an und dann schauen wir uns den Comic gemeinsam an. Ähm, ja. Ferrari wurde angekündigt in Fortnite. Okay. Der neue Ferrari. Sieht schon nice aus, oder? Muss ich mal sagen. Okay. 296, 296 oder 296. GTB. Demnächst Partie über Short Night. Ich war lange nicht mehr drin. So, das sind die Sachen, die wir mit dem Comic bekommen und zwar Exo-Gleiter-Umhang. Mhm. Dann natürlich den Armor Batman Skin. Die gepanterte Batman Zero Skin. Boah, hat schon was. Hätte ich aber ein bisschen anders erwartet, aber okay. Und natürlich die Spitzhacke. So, ich würde sagen, wir schalten direkt um und dann muss ich das natürlich hier ganz kurz alles einstellen. Und dann schauen wir uns gemeinsam den Comic natürlich an. So, das heißt einmal runde, liebe Leute, einmal Kamera, schön fahren, hochfahren. Wie haben wir das immer gemacht? So, ne? Moment. So, ja, irgendwie so. Ähm, das Problem natürlich ist jetzt, dass wir diese Kamera hier drehen müssen. So, einmal horizontal und einmal vertikalspiegeln. So, also Leute, das ist der neue Comic, wie ihr schön sehen könnt. Batman of Fortnite. Sieht echt nice aus, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut. Ausgabe 6. Okay, bin ich mal gespannt, was da passieren wird. Ich muss das noch hier richtig einstellen. Na. So, ist okay, denke ich mal. So sollten wir das hinbekommen. So, schauen wir uns doch mal an, was uns jetzt hier erwartet, liebe Leute. So. Ich weiß gar nicht mal, wie ein Partner-Comic, äh, weil das ist jetzt zu lange gewesen. Ich weiß gar nicht mal wirklich, wie der letzte Comic hier ausging, Leute. Weiß einer das von euch? Schreibt mir mal in die Kommentare. So, schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Ach ja, er kam zurück und dann hat er gesehen, Deathstroke hatte ihn verraten. Ja, genau, genau, genau. Deathstroke hat uns hier festgesetzt. Die Batterie ist geladen, aber wir beide können nicht genügend dimensionale Energie aufbringen, um ein Tor unserer Welt zu öffnen. Oder keines, das lange genug offen bleibt. Er hat uns reingelegt, wie Amateure, und wir lassen es zu, wie, sagt Batman. Du hast dir um andere Sorgen gemacht. Wie immer geben wir noch nicht auf. Ich habe ihn verpasst, aber ich habe sein Gerät, das den Nullpunkt mit unserer Welt synchronisiert hat. Das könnten wir damit genauso, sagt Catwoman. Los geht es mit Comic 6. Bloß, dass ich es eventuell beschädigt habe. Nur ein wenig mal sehen, was ich tun kann. Bam, da sieht man, Nullpunkt. Die Kalibierung ist hinüber. Es geht nur noch eine Einstellung. Okay. Verflucht. Es führt bloß zurück zur Schleife. Das hilft uns kein bisschen, sagt Catwoman. Womöglich doch. Aber wir brauchen eine dritte Person, die von unserer Welt stammt. Da sehen wir Harley Quinn. Wir dachten, es müsste Deathstroke sein. Aber als wir in der Schleife waren, habe ich jemanden gesehen, der mir bekannt vorkam. Ja, Harley Quinn. So, kennt man, sagt, die Frau, die Spielkartenfarben getragen hat. Ich hatte das gleiche Gefühl. Meist du, wir können wieder in die Schleife sie uns schnappen und hierher zurück. Was, wenn wir erneut unsere Erinnerung verlieren? Ich besleife, dass die Erfinder der Waffe das beabsichtigt haben. Aber es bleibt ein Risiko. Ich gehe zuerst, falls ich verwirrt, handel es ziemlich wieder raus. Uns bleibt keine Wahl. Hinten, das Lustige ist, Leute, habe ich geguckt. Hinten steht eigentlich, seht ihr, Erscheinungsdatum 6. Juli. Aber hier in Deutschland ist es am 22. Juli erschienen. So, nächste Seite sehen wir dann, so, nice, wieder mal eine schöne Zeichnung. Schauen wir uns das mal komplett an. Keine Verwirrung, kein Gedächtnisverlust. Wenn es passiert, dann erst später. Doch wir haben ohnehin wenig Zeit, bevor die Energiequelle zur Neige geht. Los, komm, sagt Batman. Wir finden, wie finden wir diesen Harlequin? Harlequin. Wir suchen sie aus der Luft. Halt dich fest. Batman schnappt sie sich und es geht nach oben. Gerne, konzentrier dich. Immer. Schuk. Schieß da. Ab geht's. Achso, beim Battle Bus hat er sich reingegangen. Und schwingt sich hoch in die Luft. Und während die natürlich in der Luft sind, sehen sie da unten. Und da sehen sie dann, dass sie da unten kämpft. Eins muss man sagen, sie ist beständig. Boah, da kämpft Harley Quinn. So. Und da unten dann. Mit ihr zu reden hat nichts gebracht, also schlagen wir zu. Und da schlagen sie wörtlich zu. Batman geht auf sie los, während Harley Quinn hier kämpft. Und Catwoman sagt dann noch, du weißt immer, was zu tun ist. Bäm. In der Sekunde kriegt sie noch einen Tritt. Du bist dir warm. Und sie schießt. Also ein harter Kampf hier. Sie kämpft bis zum Letzten. Wie vorher schon. Ja. Wenn sie nur begreifen könnte, dass wir sie nach Hause bringen wollen. Und jetzt kommt die Wendung, Leute. Denn Harley Quinn kann auf einmal reden. Sie schreit. Habt ihr mal dran gedacht, dass ich vielleicht gar nicht will, ihr Dummköpfe? Oh, interessant. Interessant. Interessant, dass Harley Quinn auf einmal da hoch schreien kann. Sehr interessant sehen wir hier. So, da Werbung für die neuen Karten, liebe Leute. So, machen wir mal ein bisschen näher. Du kannst reden? Wieso das? Äh, wahrscheinlich, weil ich einfach super bin. Wie diese Insel. Aber ihr zwei musstet kommen und mich totquasseln. Jetzt überlegt Batman schon wieder und sagt, du hast uns erkannt. Wir stammen also von derselben Welt. Hör zu. Wir können nach Hause, aber es geht nur zu dritt. Und unsere Schanzen dafür werden immer geringer. Jetzt verstehe ich. Und sie ballert. Hört einfach nicht zu. Oh, sie kämpft richtig hart. Mir gefällt's hier. Klopp. Boom. Man kämpft, man verkleidet sich und kämpft und stirbt. Steht auf und fängt von vorn an und sieht geil aus dabei. Huhuhu. Harley Quinn dreht völlig durch hier. Die Kämpfe, das Rumprollern, die total abgedrehte Craziness, der Insel, die Luft, Leute. Das ist alles ganz nach meinem Geschmack. Ja, kann man sich vorstellen bei Harley Quinn, ne? Da haut sie Batman voll in die Nüsse. Drum bleib ich. Und Batman nockt sie aber hier aus. Zack. Jetzt ist sie ausgenockt. So. Unsere Welt muss sehr seltsam sein. Das bemerkst du jetzt erst? Ja? Ich hätte gedacht, dass sie auch ihre Erinnerung verloren hat. Aber wenn sie bei Verstand ist und bleiben will, bei Verstand würde ich bei ihr nicht unbedingt sagen. Aber klar, wir können sie hier lassen. Nachdem wir das Portal geöffnet haben, lass uns... Wusch. Irgendetwas wird geschleudert. Oh. Knapp an Batman vorbei. Er guckt. Er guckt. Oh, ne nice Zeichnung. Leute. Auf zwei Seiten verteilt. Wie man sich hier schön sehen kann. So. Schauen wir mal. Er reicht die Hand hoch. Das gibt's nicht, hört man eine Stimme sagen. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt weiterlesen soll. Ich glaube von hier. Wer zum Teufel sind die? Da geht wo man auf einmal... Ach. Das ist Batman auch. Wieder. Duplikate von uns. Das erklärt auch, wieso wir außerhalb der Schleife... Wesen gesehen haben, die noch drinnen sind. Die Insel macht eine Art Schnappschuss von denen, die entkommen. Du kannst die Schleife nie ganz verlassen. Sie sind so gut wie wir und uns rennt die Zeit davon. Genau. Aber wir können etwas, das sie nicht können. Reden. Ah, okay. Die Schleife macht er. Weg hier. Ja, alles klar. Das Ding hat eine Rückkehrautomatik. So. Die Verbindung steht. So, die Verbindung steht. Irgendwie... Ah. Die Kamera muss ein bisschen nach oben, Leute. So. So, die Verbindung steht. Unsere Kopien haben zusammen gekämpft, so wie wir. Schließt die Augen. Und er schmeißt das Teil da rein. So. Ein Explosiv-Buttergang mit Bewegungsauslöser, damit das Portal auf diese Seite geschlossen wird. Da eine Welt taucht auf. Sie erholt sich bald. Wir... Bett. Warte. Vielleicht sollten wir hier bleiben. Sagt Catwoman noch zu Bettman. Und da passiert das aber. Harley Quinn, gibt Batman einen Tritt. Das hat sie auch gesagt. Ich meine mich. Unterhaltet euch ruhig weiter. Ich muss unbedingt zurück zu all den süßen Gemetzel. Cat. Vergiss sie. Das Portal ist offen. Aber alles, was passiert ist, was wir getan haben, um nach Hause zu kommen, was ist anders? Okay. Er sagt, Inga, was ist anders? Ich habe Angst. Okay. Ich meine, dieser Ort ist seltsam schon. Aber wir wissen, wie es hier läuft. Wir haben hier eine gewisse Freiheit. Und wir haben einander. Catwoman und Batman. Oh. Du hast doch die Kopien von uns gesehen. Hier wären wir glücklich. Sagt Catwoman. Ui, 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 ui. Catwoman. Wieso glaubst du, dass wir das zu Hause nicht wären? Ich weiß nicht. Vielleicht sind wir dort Feinde oder Fremde oder mit anderen verheiratet. Als ich, als ich dich hier zum ersten Mal traf, warst du für mich nützlich, um zu überleben und da Schleifes hinzukommen. Aber jetzt will ich dich nie mehr verlieren. Oh, Catwoman ist doch so süß, oder? Leute, wer hat mir überlegt, ich weiß, was du meinst. Ich würde lügen, würde ich sagen, mir ging es nicht ähnlich. Aber ich habe das Gefühl, dass uns die Menschen auf der anderen Seite brauchen, weil dieser Dimensionsriss gefährlich ist und erneut auftauchen könnte. Das muss ich verhindern. Warum du? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass ich so bin. Sie hält seine Hand. Das klingt stimmig. Okay. Batman guckt sie an. Und dann. Also los. Zusammen. Springen sie in die neue Welt rein. Kommen sie auch wieder hier raus von dem Riss. Aha. Das sieht aus wie Gotham City, Leute. Das sieht aus wie Gotham City, wegen dieser Statue. Alles okay? Ja. Es hat funktioniert. Er ist zu. Aber wenn das unsere Zuhause ist, wieso kann ich... Wieso kann ich... All ihre Erinnerungen, Leute? Selina, lass es. Jetzt hat er ihren Namen. Selina. Die haben die Erinnerung wieder. Ah, deswegen haben sie es so gemacht. Chang, Batman hat die Erinnerung, dass er da und die Liebe und ihren Namen jetzt wusste Selina. Wie gesagt, sie hätten bleiben sollen. Und sie rennt davon. Also irgendetwas ist da passiert, ne? Weil, ja, sie waren ja verfeindet. Also sie haben sich geliebt, ne? Und dann kam der Brief. Und man sieht dann hier, wie sie gegeneinander gekämpft haben. Ja, aus Liebe, Wurte, Feindschaft. Jim, Deathstroke ist raus und entkommen. Sagt er. Er ist wieder zurück. Okay. Es macht nichts. Wir haben gewonnen. Du hast das Wichtigste getan. Den Spalt geschlossen. Niemand wurde verletzt. Mh, sagt er. Haben wir denn gewonnen? Deathstroke hätte das nicht ohne Hilfe im Hintergrund geschafft. Irgendjemand von hier. Derjenige muss wohlhabend sein. Mächtig, einflussreißig. Und ich habe da Luther, oder, Leute? Der mächtigste Gegner von Batman, Luther. Oder? Irre ich mich. Mächtig, einflussreich? Also ich sag Luther, oder? Der ist auch der reichste von Gotham City. Metropolis. Einen üblen Verdacht, sagt er. Der Spalt in Gotham wurde also geschlossen. Es macht keinen Unterschied, dass Anker gerät ist in der Nullpunktkammer. Wird hier gesagt. Okay. Da sehen wir ihn doch. Das ist doch Luther, oder nicht? Und das Signal ist stark. Das heißt, exakt. Und ich muss sagen, ich war nicht mal sicher, ob Batman das Nötige tun könnte, aber es hat perfekt funktioniert. Wir haben in eine Falle gelockt. Dass die Anbindung funktioniert, wir könnten somit zum Nullpunkt zurückkehren und seine Macht nutzen, sagt Luther. Was steht da? Diese rote Schrift. Übertreib mal nicht, Deathstroke. Es ist nicht schwer, vorher zu sagen, was Batman tut, wenn besser, man Batman ist. Wir brauchten den weltbesten Detektiv, um die Geheimnisse der Insel zu entschlüsseln. Er benötigte dazu nur einen emotionalen Antrieb. Catwoman. Wer ist das? Hä? Ich kenne mich auch ein wenig mit anderen Realitäten aus. Man könnte sagen, all das hier ist genau meine Kragenweite. Ich weiß nicht mehr genau, wer das ist, Leute. Ist das dieser, der, der die Leute da in Traum einfängt? Hm. Ich weiß es nicht genau. Stehe ich gerade auf dem Schlauch. Jaja, jeder gebührende Respekt geht an den Batman, der lacht, auch wenn es einfacher gewesen wäre, wenn du uns seinen, deinen, wahren Namen gesagt hättest. Hä? Ach, hör schon auf, Lex. Lex Luthor, da hab ich doch gewusst. Du bist doch sicher nicht reich, weil du deine, deine, diese rote Schrift, deine besten Nummern umsonst gezeigt hast. Aber lass uns nicht wieder streiten. Wir haben genau das, was wir wollten. Wir alle. Wer ist das? Leute, wer ist das? Das ist ein neuer Charakter, oder? Ich weiß es nicht. In der Tat, wir haben, schau mir mal in den Kommentaren, wer das ist. In der Tat, wir haben abgeliefert, wie vereinbart, den Nullpunkt erreicht, den Ankergerät installiert, damit du wieder hingehen kannst. Damit du wieder hingehen kannst? Ich würde sagen, der imaginierte Orden hat alles, was er wollte. Das ist jemand vom Orden. Bitte, bitte, Luther, nur die Inselbewohner nennen uns Sie. Ich meine, wir sind hier durchaus Zivilisierte. Und ja, ihr habt geliefert, was ihr versprochen habt. Mein Kompliment. Tja, Dr. Sloan, dann wird Zeit, dass Sie Ihren Teil der Vereinbarung einlösen, oder? Dr. Sloan steckt dahinter. Aber wer ist die andere Figur? Sehen Sie raus, Lex. Wir haben schon angefangen. Längst nicht das Ende. Wo wird der Comic weitergehen? Bin ich mal gespannt. Wo wird der Comic weitergehen? Also hier nicht, Leute. Bin ich mal gespannt, wo das weitergehen wird. Hm. Das war's. Mit dem Comic, liebe Leute. Das war's mit dem Comic. Ich hoffe, euch hat's gefallen. In diesem Sinne, sage ich, dann Vorschau. Batman, Fortnite, 0. Batman, 0. Paperback. Das Crossover komplett in einem Sammelband. Batman wird durch einen Riss über Gott, hier ist er in der Zeitschlaffe gefangen, muss auf einem Ab 7. September. Okay. Das war's. Ich sage tschau. Ciao. Untertitelung. BR 2018